Wie ist die Prana-Heilung? Hallo, mein Name ist Petra Maja Rudisch. Ich bin Prana-Lehrerin, weil ich dir zeigen möchte, wie du mit der Prana-Heilung in eine neue Dimension von Gesundheit eintreten kannst. Hallo, grüß Gott, ich bin Günter Rudisch aus München. Ich bin Prana-Lehrer, weil ich dir zeigen kann, wie man die Gesundheit verbessern und zeitgleich auch das Bewusstsein erweitern kann. Hallo, ich bin Ulla Hauber. Ich bin Prana-Lehrerin, weil du mit Prana-Heilung nur gewinnen kannst. Mehr Energie, Gesundheit, Vitalität, mehr Lebensfreude, Gelassenheit und Widerstandskraft und der Krankheit immer einen Schritt voraus bist. Hallo, ich bin Andreas Hauber und ich bin Prana-Lehrer geworden, weil ich selbst am meisten lerne, wenn ich andere unterrichte. Hallo, mein Name ist Gernot Würer. Ich bin Prana-Lehrer, weil du schon beim Prana-Heilung-Seminar lernen kannst, Energie zu kontrollieren und für dich zu nutzen. Als ehemaliger Leistungssportler und Judoka weiß ich, wie wichtig und alles Training und ein achtsamer Umgang mit Emotionen sind. Auch das lernst du beim Seminar. Also, wir sehen uns. Hallo, mein Name ist Ruth Scheleti. Und ich bin Prana-Lehrerin, weil die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer, dieses Leuchten in den Augen, wenn sie merken, wow, das funktioniert wirklich, das ist einfach das größte Geschenk für mich. Hallo, Namaste. Mein Name ist Sai Choleti. Die Leute nennen mich Master Sai. Ich unterrichte Prana-Heilung vom Grand Master Chalkoksui, weil das die größte Ehre in meinem ersten Grundkurs, nach einer Stunde später, Grand Master Chalkoksui, die einladen mich, diese wunderbare Arbeit zu verbreiten in Deutschland. In anderen Ländern auch. Das ist der größte Geschenk. Und es ist eine wunderbare Arbeit, viele Menschen Leiden zu lindern, zu Freude zu bringen in dem Leben. Viele Menschen sind glücklich mit dieser wunderbaren Methode. Ich freue mich, Prana-Heilung zu unterrichten. Vielen Dank. Vielen Dank.